Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Chemie. Schön, dass ihr mich weiter begleitet bei meinem Streifzug durch die erste Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente. Heute bereits im vierten Video. Das Thema heißt Chemische Eigenschaften der Alkalimetalle. Im ersten Teil wollen wir uns einen Überblick über die wichtigsten chemischen Reaktionen verschaffen. Stellvertretend für die Alkalimetalle möchte ich die Reaktionen am Beispiel des Natriums zeigen. Analog sind sie für die anderen Alkalimetalle genauso durchführbar. Natrium reagiert mit dem Halogen Chlor unter heftige Reaktion und es bildet sich Natriumchlorid, Kochsalz. Mit Schwefel reagiert Natrium ebenfalls. Es entsteht Natriumsulfid, Na2S. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.